Viele junge Leute werden von der Nullzinspolitik und auch der aktuellen Corona-Situation an die Börsen getrieben, auf der Suche nach rentiteträchtigen Anlagen. Und ihnen ist dabei vor allen Dingen die Nachhaltigkeit wichtig. Also wie grün ist meine Anlage im Endeffekt. Und genau deswegen schauen wir uns heute mal den Vanguard ESG Global All Cap ETF an. Und ich würde den mal ein bisschen vergleichen mit dem Fuzi All World ETF von Vanguard auch, der quasi so eine kleine Erweiterung zum MSCI World darstellt. Also da sind noch mal deutlich mehr Unternehmen drin, ist noch mal deutlich breiter gestreut. Und ja, zwischen den beiden will ich mal so ein bisschen einen Vergleich herstellen. Als allererstes schauen wir aber mal in die Anlagepolitik. Dort gehen wir heute mal ein bisschen genauer rein. Dort steht nämlich der Index schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen FTSE Russell als Sponsor des Index und als Datenquelle zu dem Schluss kommt, und dass sie an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und oder Einnahmen aus diesen Aktivitäten erzielen. Das sind A Streitfälle. Also das heißt, Unternehmen, die Arbeits- und Menschenrechts, Umwelt- und Antikorruptionsstandards nicht einhalten, entsprechend dem Global Compact der Vereinigten Nationen. Also das ist auf jeden Fall deutlich niedergeschrieben. Das geht gar nicht und das ist erlaubt und dadurch kann man sich relativ einfach an die Regelungen halten und sagen, dieses Unternehmen kommt halt mit in den Index und dieses Unternehmen fällt halt raus, weil sich es eben nicht daran hält. Das Zweite ist auch relativ einfach. Nicht erneuerbare Energien. Also Unternehmen, die ja wahrscheinlich Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen und auch Unternehmen, die Einnahmen aus der Produktion von Kernkraft oder damit verbundene Aktivitäten generieren. Also alles, was mit nicht erneuerbaren Energien inklusive mit Kernkraft zu tun hat, fällt auch hier raus, ist denke ich auch für viele eine extrem wichtige Sache, dass halt wirklich diese grüne Energie weiter gepusht wird, weiter nach vorne getrieben wird und dass das eben nicht in dem Index mit drin ist. Deswegen auch hier schon mal ein sehr guter Pluspunkt. Jetzt muss ich kurz schauen. Die Unternehmen, die Einnahmen aus der Produktion von Kernkraft verbinden, das hat man jetzt gerade, und den Abbau von Uran zum Beispiel auch. Das ist noch eine schöne Erweiterung, ist denke ich auch noch mit wichtig. Weißprodukte, das sind Unternehmen, die Unterhaltung für Erwachsenen produzieren, also jetzt Pornografie oder irgendwie sonstige Umsätze erzielen, ist denke ich auch vielen wichtig, dass das halt nicht mit dabei ist. Anderen ist es wieder egal, das hat dann nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das jetzt in seine persönlichen Nachhaltigkeits- und Moralvorstellungen reinpasst. Aber in dem ETF ist es auf jeden Fall ausgeschlossen. Auch gilt das für alkoholische Getränke, für Tabakwaren und für Unternehmen, die Glücksspiele anbieten. Also auch hier wieder Alkohol, Tabak, Glücksspiele ist auch nichts, was jeder jetzt unbedingt als wichtig erachtet, ist aber denke ich auch eine Sache, die auf jeden Fall ausgeschlossen werden kann. Und man sieht eigentlich an der Stelle schon, dass wirklich sehr, sehr viele Punkte ausgeschlossen sind. Oftmals sieht man bei den ganzen ETFs nur oder bei den ganzen Anbietern nur, dass immer mal wieder eine Sache ausgeschlossen wird. Also es wird Glücksspiel ausgeschlossen, es wird Pornografie ausgeschlossen, es werden nicht erneuerbare Energien ausgeschlossen, aber alle anderen Sachen sind wiederum erlaubt. Und ja, das ist der Punkt, wo ich halt sage, das muss jeder selbst einschätzen. Wenn jemand wirklich sehr strikt ist und sagt, okay, das kann von mir aus auch alles draußen bleiben, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, sich auf den ETF hier zu spezialisieren. Genau, alles, was mit Waffen zu tun hat und ja, auch Hersteller für nukleare Waffen, chemische Waffen, biologische Waffen, Strömmunition und so weiter und so fort. Ja, alles, was damit zu tun hat, wird logischerweise auch ausgeschlossen. Alles, was auch für das Militär geliefert wird und auch Waffen, die für nicht-militärische Aktionen halt hergestellt werden oder die Waffenproduzenten dafür, die werden wiederum ausgeschlossen. Also wie schon gesagt, wirklich ein sehr breiter Ausschluss, meiner Meinung nach auch ein sehr großer Pluspunkt, weil das auch alles wichtige Sachen sind, die halt nicht unbedingt in jedes Portfolio gehören. Jeder hat da, wie gesagt, seine eigene Herangehensweise. Es gibt auch Leute, die sagen, okay, mir ist egal, was in meinem Portfolio ist, Hauptsache es bringt Rendite. Für die ist dann der ETF auf jeden Fall nichts, aber für jemanden, der wirklich nachhaltig investieren will, sind das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute Ausschlüsse, die ja mit dabei sind. Zur Performance kann ich diesmal leider auch noch nicht allzu viel sagen, weil der ETF erst im März aufgelegt wurde, Ende März, um genau zu sein. Seitdem hat er 4,5% gemacht, ist aber noch überhaupt keine Aussagekraft dabei. Also die paar Wochen, die das jetzt läuft, da kann es noch in jede Richtung gehen. Das macht dann nach ein paar Jahren Sinn, den nochmal intensiver anzuschauen. Dann schauen wir hier nochmal in die Länderverteilung. Ich muss hier noch kurz mal reinzoomen, damit ich es finde. Oder erstmal in die Sektorenverteilung. Und ich habe ja gesagt, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem FUZI All World. Die Technologiebranche ist hier mit 24,2% dabei. Beim FUZI All World ist sie bei 22%. Also ist die Technologiebranche anscheinend besonders nachhaltig, weil da ist halt in diesem Bereich gut aufgestellt. Dort mit 2% mehr dabei. Bei dem Nicht-Basis-Konsum ist es ähnlich. Da sind es hier 17%, bei dem anderen ETF sind es 15,8%. Und im Finanzwesen sind wir hier bei 16,1%. Und im FUZI All World sind wir bei 14,7%. Also alles ist hier von diesen großen Positionen ein bisschen stärker gewichtet. Und ja, ist denke ich okay, solange das halt diese Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Bei den Marktteilnehmern oder bei diesen größten Positionen nach Region sind wir mit den USA auf Platz 1 bei 60,1%. Das ist sehr interessant, weil die sind im All World ETF nur bei 56,7%. Also scheinen die USA ein Stück weit nachhaltig zu sein. Oder zumindest viele Unternehmen von dort. Und ja, was wiederum zu einer noch stärkeren Gewichtung von den USA führt. Spricht auf der einen Seite für die USA, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, dass das noch ein bisschen schwieriger ist, dadurch, dass die USA hier wieder sehr stark übergewichtet sind. Das ist aber, das hatte ich auch schon mal in einem Video erklärt, relativ oft der Fall. Hat natürlich auch damit zu tun, dass viel Marktkapitalisierung in den USA liegt. Sehr viele große Unternehmen aus den USA kommen. Hat auf der anderen Seite natürlich politische Risiken. Und generell Risiken, die mit diesen Firmen zu tun haben, die halt auf diesen einen Ort spezialisiert sind. Oder in diesem einen Ort oder Ort als USA, die halt in der USA ansässig sind. Wenn sich da irgendwas ändert, kann das natürlich auch sehr stark auf die Unternehmen sich auswirken. Japan und China auf Platz 2 und 3. Japan mit 7,3%. Im All World sind wir bei 7,2%. Und China mit 5,1%. All World 4,7%. Also auch hier beide ein bisschen stärker gewichtet, aber jetzt nichts übertriebenes, was dort unbedingt herangezogen werden muss. So, schauen wir uns die Top-Positionen an. Das fand ich sehr, sehr interessant. Dort kann man diese Liste, wie sie hier steht, eigentlich 1 zu 1 übernehmen und in den All World ETF einfügen. Es gibt minimale Abweichungen bei den einzelnen Positionen um 0,1%. Ansonsten ist alles 1 zu 1 das Gleiche. Außer die Berkshire Hathaway Aktie von Warren Buffett. Das Ding kennen wahrscheinlich viele. Wird wahrscheinlich damit zu tun haben, dass dieses Unternehmen halt in Aktien investiert hat, die diese Kriterien oder die Unternehmen haben, die diese Kriterien nicht erfüllen. Ist, denke ich, relativ einfach. Fällt damit auch raus. Aber im Endeffekt ist Berkshire Hathaway ja auch nichts anderes als ein Fonds. Also die verwalten halt Wertpapiere. Die haben Wertpapiere gekauft. Und ja, Punkt. Da ist ja jetzt kein Wert dahinter, wie bei einem Alphabet, Amazon, Taiwan Semiconductor, Tesla und so weiter. Tesla ist auch noch ein gutes Stichwort, weil das ja eher eine Firma ist, die auch noch ein bisschen in Kritik ist oder stark in Kritik ist. Halt generell wegen der Nutzung der Batterien, weil diese halt eben nicht nachhaltig produziert werden. Und hier ist natürlich wieder eine Schwäche zu erkennen, dass es wahrscheinlich, egal wie stark die Restriktionen sind, immer wieder ein Problem geben wird mit irgendeinem Unternehmen in diesem ETF oder in dem Fonds, den man sich auswählt. Irgendeines wird vielleicht nicht zu der eigenen Anlagepolitik passen und irgendeines wird vielleicht auch nach den eigenen Interpretationen halt nicht diese Kriterien erfüllen. Und da muss man halt so ein bisschen diskrepant oder aus Investorsicht schauen und sich überlegen, okay, ist es mir das jetzt wert? Tesla ist ja mit 0,9 Prozent dabei. Macht das jetzt so einen Riesenunterschied? Kann ich das verkraften sozusagen? Und außerdem muss man es generell sehr stark unterscheiden. Einmal die Investorensicht und einmal die Konsumentensicht. Weil als Investor investierst du dein Geld in das Unternehmen, aber das Unternehmen an sich bekommt ja das Geld nicht mehr. Das Unternehmen bekommt das Geld beim Börsengang. Dafür macht es ja einen Börsengang. Dafür sammelt das bei der Erstemission der Aktien das Geld ein. Aber alles, was danach passiert, hat ja eigentlich eher was mit dem Ruf des Unternehmens zu tun. Also wenn viel investiert wird, dann nehmen es auch viele auf den Schirm und deswegen investieren noch mehr Leute hinein, weil halt einfach gesehen wird, okay, das ist ein gutes Unternehmen. Auf der anderen Seite bist du als Konsument oder musst du dich als Konsument sehen und dann kannst du ja dort selbst entscheiden, wie möchtest du denn konsumieren. Und das hat meiner Meinung nach noch mal eine viel größere Auswirkung. Weil was die Investoren sagen, kann eine Rolle spielen, wird dem Unternehmen aber langfristig nicht unbedingt allzu viel bringen. Ein Konsument ist der, der am Ende entscheidet, okay, ich kaufe das Produkt oder eben nicht. Und wenn die Konsumenten sich nachhaltig orientieren, dann wird es auch dazu führen, dass die Unternehmen sich nachhaltig ausrichten müssen, ob sie wollen oder nicht. Also entweder sie gehen pleite, weil halt niemand mehr was abkauft, oder sie bleiben halt am Markt bestehen, machen eine nachhaltige Strategie aus ihrem Unternehmen und reagieren quasi auf die Konsumentenwünsche. Deswegen hier vielleicht mal in beide Richtungen sehen. Einmal als Investor nachhaltig denken, das ist okay. Ob man da wirklich die vollen 110% nachhaltig investieren muss, ist natürlich die andere Sache. Und auf der anderen Seite als Konsument, solange du dort nachhaltig lebst, zwingst du über kurz oder lang die Unternehmen halt diese nachhaltigen Produkte. auch herzustellen. Das vielleicht nochmal als kurzer Exkurs dazu. Dann schauen wir uns wie immer mal die Zahlen an, wenn ich das hier finde. Wenn nicht, dann muss ich es euch so vorlesen. Nee, ich finde es gerade nicht. Naja, ich finde es gerade nicht. Ist nicht alles da. Also der Fonds wurde aufgelegt am 23.03.2021. Ist wie gesagt noch sehr, sehr kurz. Hat eine Total Expense Ratio von 0,24%. Also völlig im Rahmen. Replikation ist physisch. Ist auch super in Ordnung. Ist ja immer wieder mein Favorite. Dass halt die Aktien wirklich gekauft werden, die auch wirklich dort drin sind. Das ist auch eine ganze Menge. Also bei 4.118 Positionen, die der ETF hat, ist das natürlich ganz schön krass, dort trotzdem nur 0,24% Kostenquote ausweisen zu können. Also schon eine ziemlich starke Sache. Den ETF gibt es sowohl in thesaurierender als auch in ausschüttender Form. Also die Dividenden werden in dem einen ETF wieder angelegt automatisch, in dem anderen werden sie ausgeschüttet. Also auch perfekt für beide Strategien. Dort musst du halt für dich auswählen, welchen der beiden ETFs du halt besparst. Und dann passt er auch perfekt in deine Strategie. Die Basiswährungen sind US-Dollar und er hat es geschafft, in dem einen Monat schon 35 Millionen US-Dollar einzusammeln. Ist jetzt noch nicht über die Schwelle, wo man sagt, okay, der wird auf jeden Fall sehr lange Bestand haben. Da sind wir noch ein bisschen entfernt. Also es sollten schon 100, 200 Millionen sein, dass der wahrscheinlich auch länger am Markt bleibt. Aber dafür, dass er erst einen Monat am Markt ist, die 35 Millionen, ist denke ich schon mal eine ganz gute Summe, die dort reingeflossen ist. Positionen, habe ich gerade gesagt, sind 4.118. Was sehr interessant ist, weil das sind nämlich noch mal 600 mehr, als es im Fuzi-Auer wird. Dort sind nur 3.559 drin. Und ja, macht natürlich noch mal einen großen Sprung in der Streuung. Und breitere Streuung, wir wissen es alle, hat mit einem geringeren Risiko irgendwo zu tun. Auffällig ist dadurch, dass die Marktkapitalisierung gesunken ist, also die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen in dem ESG Global. ESG Global. Und das hat aber wahrscheinlich damit zu tun, dass halt mehr Unternehmen bedeuten, dass auch kleinere Unternehmen mit hinzukommen. Und dadurch sinkt die durchschnittliche Marktkapitalisierung, ist denke ich, soweit klar. Als ähnlichen ETF kann ich nur den Vanguard Fuzi Allworld nennen, der jetzt mir in den Sinn kommt, ist aber halt nicht nach ESG-Kriterien gefiltert, sondern eher der ganz normale, breit gestreute Welt-ETF. Wenn dir das Video bisher gefallen hat, dann lass mir übrigens gerne ein Like da. Ja, kommentiere auch gerne, wenn du irgendwie eine andere Meinung hast, wenn du eine Frage hast, wenn du dich gerne mal austauschen willst. Dazu ist die Kommentarsektion. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann geh auch gerne auf den Abo-Knopf. Und dann können wir als nächstes mal auf den Broker gucken, wo man den ETF besparen kann. Und das ist relativ einfach. Scalable Capital. Und das war es auch schon. Deswegen sage ich ja immer wieder, es macht Sinn, halt mehrere Broker zu haben, weil es dann gegebenenfalls einen Broker gibt, der einen ETF nicht hat. Und dann gibt es aber den anderen, wo man halt auch schon Kunde ist und ein Depot hat. Und dort kannst du den Sparplan dann ganz easy besparen, bevor du extra dafür noch ein neues Depot machen müsstest oder was auch immer. Mit Scalable habe ich auch eine gute Erfahrung gemacht. Von daher grundsolide Sachen. Das war es zu den Brokern. Jetzt kommt noch kurz das Fazit. Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass es immer wieder ein bisschen darauf ankommt, welche Anforderungen du denn wirklich an den ETF hast. Also sind sie wirklich so strikt, wie es bei dem ETF eigentlich vorbildlich der Fall ist? Oder sagst du, okay, das kann schon ein bisschen lockerer sein. Glücksspiel zum Beispiel ist mir egal. Das kann rausfallen und so weiter und so fort. Dann wird deine Strategie vielleicht ein bisschen anders aussehen, wird aber nicht unbedingt automatisch mehr Rendite bringen. Weil es ist mittlerweile nicht mehr so, dass eine nachhaltige Strategie auch wirklich weniger Rendite bringt. Das war vielleicht früher mal der Fall. Mittlerweile geht ja auch die politische Richtung und die Forderung der Bevölkerung auch dahin, dass halt Nachhaltigkeit immer mehr in die Strategien implementiert werden soll. und wenn die Politik auch sanft in die Richtung drückt, werden auch die Unternehmen einfach in die Richtung folgen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wenn die Konsumenten in die Richtung drücken, dann müssen auch die Unternehmen in die Richtung folgen. Was wiederum zur Folge hat, dass die Unternehmen, die einmal sich an diese nachhaltigen Strukturen gewöhnt haben und selbst nachhaltig arbeiten, dass die halt Bestand haben. Alle anderen werden halt hinten runterfallen oder keine so guten Renditen mehr bringen. Deswegen Nachhaltigkeit wird vielleicht künftig auch ein gutes Indiz dafür sein, dass das Unternehmen auch langfristig noch Bestand haben wird. Was ich vielleicht auch nochmal besonders herausstellen will für den ETF ist, dass die Ausgrenzung sehr gut gemacht ist. Das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Ist aber auch extrem wichtig, weil es gibt viele Fonds, wo halt gesagt wird zum Beispiel, okay, Nuklearsprengköpfe sind No-Go, aber normale Sprengköpfe sind überhaupt kein Problem. Und das sind halt diese Kriterien, die der Fonds dann an seine ESG-Richtlinien hat. Das ist halt das Problem, dass ESG noch nicht eindeutig geregelt ist. Und nur weil ESG draufsteht, ist nicht ESG drin. Deswegen finde ich diese Klassifizierung schon sehr, sehr gut. Und wenn ihr einen anderen ETF habt oder einen anderen Fonds, wo drinsteht ESG oder draufsteht ESG, dann prüft es wirklich nochmal im Detail, ob das auch wirklich so eine detaillierte Ausgrenzung im Endeffekt hat. Dass das wirklich solche Sachen überhaupt nicht mit reingenommen werden. Und als letzten Punkt möchte ich noch die sehr breite Streuung nennen. Hatte ich vorhin schon gesagt. Nochmal deutlich breiter gestreut als der Futsi All World. Ich kenne auch jetzt erstmal pauschal keinen größeren ETF von den Positionen her. Wenn ihr einen kennt, dann könnt ihr den mir gerne unten reinposten in die Kommentare. Den kann ich mir dann auch nochmal genau anschauen. Aber 4100 Positionen ist natürlich schon eine extreme Ansage und natürlich eine sehr breite Streuung und hat natürlich auch eine gewisse Sicherheit wiederum, die das birgt. Das soll es zu meiner Analyse gewesen sein. Wenn du weitere Analysen sehen willst, dann schau gerne bei meinen anderen Videos vorbei und wir sehen uns dann auch in den nächsten Videos wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.